Moin! Mädels! Moin! Jung! Äh, ich will es wieder euer Cartoon the Color Code. Scheiße! Und das hier ist wieder ein neues... Wie Karl Humor! Mein Fähnend! Tatsächlich hat sich an meinen Perks in den letzten Wochen nichts geändert. Ich hab versucht ein bisschen besser zu werden, aber Rust kam mir so ein bisschen dazwischen. Dann Path of Exile privat noch. Schauen wir mal was heute wird. Mein Ziel ist es tatsächlich... Ich nimm's total ernst, Alter. Deswegen will ich auch, dass du Killer bist. Scheiße, ich hab Opfergaben vergessen. Das ist auch ein Opfer, Alter! Leute, das ist unsere Chance! Das ist ja ein Schlupfloch! Ich streame! Nein! Hallo, meine lieben Freunde! Moin Mädels! Ihr habt's gerade schon im Intro gesehen. Ich hab leider aufgenommen. Nicht aufgenommen, sondern gestreamt. Ich hab jetzt wahrscheinlich, falls es Leute im Twitch-Chat gab, die jetzt hier nochmal mit eingefügt... Ja, lustig, ne? Hä? So! Gut! Das ist mir tatsächlich noch nie passiert! Doch! Hä, wohl... ja? Wollt ihr wissen, ob mir das schon mal passiert ist? Das ist hier mal passiert. Das ist neulich, was hier passiert, ja? Hä? In ner... in ner Black Mese? Ne... Stimmt! Na ja, 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 ja! Stimmt, ja! Hä, was seid ihr für ein Stalker, Alter? Das ist halt schon 100 Jahre her. Alter, da hinten läuft voll die eklige Hexe rum, ist ja übel ekelhaft. So. Achso, ja. Hanno, wie gesagt, Killer, ne? Unterwegs hier wieder. Ich hab mir mittlerweile auch die Mei-Fing geholt, aber ich will mit der Claudette jetzt natürlich in der Gruppe jetzt noch weiterzocken. Willst du wirklich? Ja, bis ich sie... bis ich sie hochgelevelt hab. Hallo! Achso, du bist das ja wirklich! Ah, ich dachte, du bist nur... toll! Oh, scheiße! Komm her, Kalle! Nein, nein, nein! Ja, also, das war eine weitere Runde mit Day by Daylights! Alter, heute läuft ja alles schön. Komm an den Haken, kleiner Kalle! Ich schneid dich auf und tu dich in die Suppe! Vor allem, wie ich sage... Oh nein! Ich streame und ich schreie einfach mega los! Oh mein Gott! Ich mach dir meinen Puzzle auf den Boden! Waffe da, waffe das... Okay! Ich streame! Ach man, hör auf zu campen, Hanno! Hä? Das ist hochgegangen! Ach, hier war keiner! Das warst du! Oh, hallo! Hupu! Ei! Hoi! Schwierig, Sterzi! 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 Lauf ein bisschen! Lauf, lauf, lauf mit mir! Ei, ei, ei! Nein! Erste Sahne! Erste Sahne! Wallah! Ich wickel einfach voll weg, du Arsch! Hier ist aber ein Hakenweger hängen geblieben! Weil wenn jetzt drei Leute ihn holen, bringt's halt nix! Wir holen ihn alle, oder? Kann jemand... Kann jemand zum Anfassen kommen? Ja, wer holt jetzt Sterzi? Ja, wer holt jetzt Sterzi? Das ist doch Claudette, du kannst du selbst sein, oder? Ja, aber das ist doch... Ja, ich mach das nicht mal. Kalle, du siehst traurig aus! Deine Butteraugen stech ich dir aus! Deine Butteraugen? Butter... Hat er... Hat er Puzzle gemalt? Nun, kannst du mich anfassen? Ja! Ja! Sterzi hat er Puzzle gemalt? Let's go section! Ja, ja! Ich weiß auch wo! Rechts von mir im hohen Gras, Digga! Alles gut, du bist safe! Wenn man schleicht, dann lösen die nicht aus! By the way! Also wenn du dich klein machst! Aber ich kann mich hin teleportieren! Hallo Sterzi! Oh, wir hatten gerade so Schweine! Och, Mann! Sterzi liegt schon wieder auf dem Boden! Kapo, das ist dein Job! Hängen geblieben! Ei, 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 ei! Markus, ich hoffe mich anzugucken! Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen! Bisher! Ja! Oder hat der hier... Kapo, kannst du holen, sonst hole ich! Ist der hier Chicken McNuggets dabei? Wie siehst du mich? Wo sind meine Chicken Nuggets? Meine Chicken Nuggets? Ich komme auch mit rüber! Ja! Du Bitch! Jetzt friss meine geschmolzene Scheiße! Ey! Digger! Mach das bitte gerne rafon, Kinder! Der hat schon wieder Puzzle gemalt! Ich hasse deine Puzzle! Der hat schon sehr gut! Der hat schon sehr gut! Oh nee! Hab ich angetäuscht! So, komm! Hierher! So! Sofort! Sofort! Gnur ist richtig besser geworden! Das merke ich sofort! Gnur ist richtig am Tryharden gerade! Ja! Ja! Reicht auch mal nach fünf Wochen! Scheiße! 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 Er ist bei mir! Ich brauche Hilfe! Okay, komm! Er ist bei ihm! Scheiß drauf! Wir machen weiter! Hallo! Papel is laying on the ground! Du kannst eigentlich... Ich dachte, du kannst nur da hinspringen, wenn die ausgelöst werden! Du kannst einfach so hin! Ja! Ich hole Papel! Pass auf, er kommt jetzt gleich zu dir! Wo ist denn hier ein Haken, Christo? Ach hier! Und nicht im Keller, Max! Okay, wir brauchen mehr Gents! Boah, hier unten stinkts voll nach Schimmel! Yeah! Ich komm dann später wieder! Ja, die macht einen Puzzle auf den Boden! Pommasche aus dem Ofen! Er ist raus, die Piet! Pommasche und Muchenwald! Ich frech meine Mutter! Immer kalt! Okay! Interesting! Max, jetzt mit den Freestyles auch bei Panik, das üben wir machen nochmal, ne? So in Panik? Das üben wir aber nochmal! So Kinder! Macht ihr auch fleißig eure Generatoren! Ja klar, ich bin dabei! Natürlich! Natürlich! Sehr schön! Ich weiß, wo du bist, du! Das ist mir egal! Ich weiß auch nicht, wie ich runterkommen soll! Wie sieht's denn da so aus im Keller? Äh, gut! Das ist, äh, Haken und so gibt's! Was hast du gemeint, dass da auf dem Boden... Heißt du, hast du das mit, was instant heilt? Du, da hast doch grad irgendwas auf dem Boden gezeigt, ne? Ja, aber... Der konnte sich hierher und ich wusste, dass er hierher kommt. Hallo! Und es war noch der echte! Okay! Es ist der echte! Es ist der echte! Der einzig wahre Henio! Wehe, du blockst mich, Alter! Ich rass an! Nicht mich, Max! Wuh! Das war daneben! Du bist richtig und fett geworden! Das ist ja der Wahre! Hallo! Nicht darum! Wuh! Ne! Jetzt ist er schon wieder auf dem Boden, ne? Ja, natürlich! Weil er, weil sie die Falle ausgelöst hat! Sie sind geschlichen! Ach, Mann! Äh, nein! Bestimmlich! Papo, du so! Ich muss leider weiter, Papo! Hallo, Kalle! Warte, bist du... Was?! Oh, Mann! Alter, Mann! Wieso bist du das wirklich immer? Er kann das entscheiden, ob er das dran ist oder nicht. Wer hat's nicht weiß, wo Kalle war? Nein! Er hat hier nicht gepuzzelt, auf jeden Fall! Bleib! Wo du bist! Bleib, wo du bist! Hallo, Kalle! Oh, oh! Nein! Mann, wieso... Oh, das ist so lange, bis du geblendet bist, Bruder! Kalle, wie weit war dein Gen? Weiß ich nicht. Wie weit war dein Gen? Äh, ich glaub, 25% maximal. So, ich mal hier was hin. Pass auf, das... Und da muss ich mal weiter. Oh, ich möchte nicht aufpassen auf mein Leben! Kann man das mit Schleichen übertünchen, dieses komische... Über Tünnchen? Also, beziehungsweise, dass es sich nicht auslöst kann? Möchtest du uns zu so'n Tüfe begeben? Äh, ich hab keinen Plan. Okay. Also... Wenn du gehockt bleibst, dann wird das nicht ausgelöst. Hallo, Kalle! Ach, komm, ey! Ich komm schnell mal hinterher, Diggi! Ja, ich... Ich soll das aufhören mit dieser Taschenlampe, ey. Na, jetzt bin ich tot. Dann töd ich dich! Nein! Danke! Ich beiß dir meinen Kopf ab! Eieieieiei! Dann töd ich dich! Danke! Danke! Geil! Oh Gott! Oh! Ne! Die Leber! Die Milch! Und den Magen! Hä? Ich esse keine von innen auf! Was? Ekelhaft! Das ist ja wie ein Überraschungsbox! Erdbeerkäse! So! Ja! Schade! Dann gucken wir mal, was die anderen so machen! Aha! Aha! Komm Jungs und Mädels! Wir schaffen das! Gemeinsam! Sind wir stark! Ich betreue euch aus dem Jenseits! Sehr gut! Du verratest es nicht! Okay! Gru macht grad nix! Ich hasse dich! Hä? Sag das doch nix! Kalle, hast du mir grad zugeguckt? Ich guck allem zu! Was ist das? Jetzt bin ich bei dir! Mach was Cooles! Vorhin! Vorhin ist Max nämlich ganz knapp auf mir vorbeigelaufen! Dann wird es dich nochmal sanft! Das ist ja das Problem! Wenn Max halt zuhört, dann weißt du immer wo wir sind! Ja! Das war jetzt einfach nur ein Verdacht! Einfach weil ich über die ganze Map düsen wollte! Stärzi! Bist du gerade am passen? Ich bin sowas von... Ich dachte am Ende wann! Das hat genau zum Schlag gepasst! Ja! Äh... Christo, ich würd' dich einmal aufessen wollen! Ne mach mal nicht! Oh! Alter! Boah, der Zungenkurs! Boah, der ist aber ein bisschen tief! Das gibt... Das gibt... Das gibt'n Schulschleck! Lecker, lecker! Mein Mund! Klein und rund! Kann man denn sehen, wo... Also kann man erkennen, ob du da gerade hin teleportierst oder nicht? Also alles... Ich seh' wo meine Fallen liegen! Und wenn ich die angucke, kann ich mich augenblicklich dahin teleportieren! Aber generell... Wenn ihr in der Nähe seid und nicht schleicht, werden die ausgelöst! Dann kann ich mich kurz nicht hin teleportieren! Ein Klon von mir kommt! Und ähm... Ja! Aber wenn ich ne Falle neben dem Haken hab' und ich seh' ihr holt jemand vom Haken, teleportier' ich mich halt hin! Das ist irgendwie mies geil OP, Digga! Das ist echt... Das ist echt... Die Frage ist, kann man das countern? Kann man diese Fallen irgendwie countern? Ich glaub' man... Vielleicht kann man die... Ich glaub' man kann mit der Taschenlampe drauf strahlen... Und dann gehen die weg... Aber du kannst dich nicht sofort bewegen, wenn du dich hin teleportierst, oder? Äh... Doch! Naja, sie ploppt so kurz auf, ja! Stimmt! Also an welchem Generator seid ihr dran? Das check' ich nicht! An dem einen! Ah, an dem... Hallo, Gnu! Gnuilein! Du bist so fein! Komm in meine Knochenarme rein! Nein! Lass mich! Schnell durch Fenster, ganz geschwind! Und dann in meinen Mund! Hallo! 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 Hallo, Gnu! Danke! Alter, geil! Und dann in meinen Mund. Hallo. Hallo. Hallo, Gnu. Komm in meine Arme. Weggeschlitzt. Ich will ja nur Umarmungen. Ich hab dich so lieb. Ah nee, das war zu früh. Du hast niemand lieb. Ah! Ah! Komm in meine knorrigen Holzarme. Jetzt sind schon Holzarme. So einfach übers Fenster gesprungen, du kleine Lady. Ich komm nicht holen. Oh no! Jetzt ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Meanwhile stört sich richtig am Buttern. Ach, scheiße. Mist. Under pressure. Will sie mal? Hallo. Na scheiße. Was machst du nie in mir? Oh no! Komm in meine Arme. Jetzt, ich steck dir ne Banane in dein Ohr. Oder ich steck den Finger rein. Die liegt Gnu. Palette, 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 Palette. Die ist schon weg. Erster Schlitz. Ich mal hier mal lieber ein Signal hin, damit ich auch wieder hin finde. Genau bei Gnu ne Falle hingemacht. Stetik, da ist auch ne Falle vor mir. Komm mal schnell vorbei. Hallo. Oh nee. Ja, rüberspringen. Komm schnell, komm schnell. Stetik, Lein. Vielleicht hätte ich nicht so geimpftet, hätten wir es easy geschafft. Ach Blödsinn. Gebt nicht dir die Schuld, wir werden immer weg. Du willst mich wussten, Arsch. Boah, richtig gut ausgewichen. Ja. Alter, wie du dir die Finger ableckst. Oh Stetik, willst du mal was sehen? Ja. Ich leg dich hier mal hin, wo kein Gras ist. Und dann esse ich dich. Oh scheiße. Daneben. Ja, du musst nicht. Das Gras im Weg, weil du dich umgelegt hast. Toll Stetik. Vollidiot. Dann reif ich dir jetzt nochmal den Magen. Alter, wie viel kann so ein dünner Mensch essen? Also ich weiß nicht, ob ein Mensch ist, aber... Gnu. Ming war genug. Find die Luke. Oh, das wär jetzt halt episch, ne? Bist du weggekrabbelt? Nein. Ist immer noch bei deiner Falle. Sag mal Piep. Ach ja. So macht ihr das ja immer. Ja, ja, ja. Gut. Das war Gnud, haha. Ja, Gnud, teller. Jasmin, sag mal Piep. Jasmin, ist einfach über alle Berge. Broß die Luke! Jasmin, sag Piep. Jasmin, ich mein's ernst. Wie sagst du jetzt? Piep. Oh, hier ist ne Blutspur. Höre ich da eine Luke? Oh! Ah, glaub ich, oder? Da vorne, da vorne! Oh mein Gott, nein, verarsch mir nicht. Hoffentlich weiß er nicht, wo die Luke ist. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Weg von dir! Du bist ja zwei Kilometer gekrabbelt. Ich bin gut im Robben. Mach die Robbe. 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 Also lass mal ernsthaft, Leute, wo ist die scheiß Luke? Ich weiß es nicht. Es gibt noch eine Chance. Es gibt nur Hoffnung. Das wäre halt so krass, ne, wenn du es bis dahin schaffst. Ja. Ich hab halt keinen Plan für du... Oh! 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 Ich bin sehr gelungen, dass ich noch... Du wolltest mit Kalle kuscheln. Sag das doch, ich leg dich dazu. Nein! Nein, ich bin fast... Bitte bring mich zu Luke. Ich hab keine Ahnung, wo die ist, wenn ich wüsste, wo die ist. Dann zutzt sie doch gemeinsam. Na gut. Okay, dann wickel ich nicht weiter. Du musst dich doch frei wickeln. Erzähl die Geschichte. Er hat gesagt, er bringt mich zu Luke. Ja, aber das ist doch egal. Oder soll ich stehen? Du bist halt eine Ehrenfrau. Ich hätt gewiggelt, bin ich ehrlich. Ich hätt gewiggelt. Ich bin jetzt so lang gekocht und ich wüsste gar nicht, wie anstrengend es war. Das glaub ich. Mit mir bist du auch schnell unterwegs. Genau. Wo ist die Luke, Leute? Geiler 360. Danke. Luki. Ich glaub, Hanno verliert langsam die Geduld. Luki, Luke. Luki, Luke. Ach, hör mal. Wiggeln geht sogar wieder zurück, wenn ich nix mache. Ja, ist mir zurückgewiggelt. Ja. Hm. Oh, ich glaub. Oh ja, doch, doch, doch. Ja. Hier. Kannst du mich hinschmeißen? Ich schmeiß dich rein, doch. Jetzt machen wir Schnickschnack-Schnurk. Karl sucht den Spiel, was wir jetzt machen müssen. Für das Verleben oder so. Warte, soll ich mich aussuchen? Was wir machen müssen? Schnickschnack-Schnurken oder was? Ja, was sollen wir denn sonst machen? Stadt, Land, Fluss oder wie? Ja. Okay. Okay, auf drei mal sagt ihr Stern und Scheiße. Okay. Stern und Scheiße. Alter! Ihr wisst ja was ich meinen. Papier, Stern oder Schere. Auf zehn sagt ihr Stern und Scheiße. Eins, zwei, drei! Schere! Eins, zwei, drei! Ah! Mann, was? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Gewonnen, 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 gewonnen. Ey! Run! Das war aber nicht Teil des Deals. Ja, der hat die Luke zugemacht, leider. Leider, leider. Das war nicht Teil des Deals. Leider, leider. Basmin, du warst unartig. Das ist doch spannend, Leute! Never ending story, oder? What's mean? Genug ist halt wieder die Letzte, die überlebt. Ah, hier bist du langgelaufen. Wo ist der Ausgang? Wo bist du? Ich hab' nicht. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wirklich gar keine Ahnung. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Na jetzt. So, dann pack ich dich mal ein. In meine Tasche. Guck mal, hier ist der Augenhaken. Da häng ich dich auf ihm hier. Ich hab' die Grenze oben, ne? Ne, gar nicht so. Na jetzt. Da ist das aber, was? Tschüss Mädels, tschüss Jungs. Ja, tschüss Mädels, tschüss Jungs. Ja, mein Beitrag war ein bisschen kürzer. Und ja, ihr wisst ja, wir machen diesmal kürzere Folgen, weil nächste Woche ist große Urlaubswoche bei den Jungs. Ne, letzte Woche war... Nein, nächste Woche. Jaja, und letzte dann ab gleich war... Auf jeden Fall gibt's Urlaub bald. Ja, auf jeden Fall ist Urlaubszeit und deswegen kürzere Folgen. Aber ihr kriegt trotzdem eure Videos. Macht's gut, schaut bei den anderen vorbei. Und nächste Folge kommt bei Hanno Amunter. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Hehehe.